so oder wieder und ich bringe schlechte kunde und zwar jetzt von mehreren leuten sagen lassen müssen dass die neuen sachen jedenfalls ein teil davon und zwar die wichtigen auf den alten karten nicht gespawnt sind die alten karten heißen jetzt legacy karten und davon da kommt man quasi auch nicht mehr weg also die maschine auf dem ich so gefreut habe die gibt es hier einfach gar nicht und dementsprechend werde ich jetzt folgendes tun ich darf nur einmal durchs lager sagt den ganzen hasen die tot auf dem boden rumliegen und dem kleinen baby jakt goodbye gehen aus hauptmenü und gucke ob ihre neue welt starten kann ohne diese hier zu löschen dass wir diese welt quasi noch so in erinnerung behalten können jederzeit hier zurückgehen können wenn wir es denn gerne wollen und dann würde ich gerne parallel dazu eine andere welt neue anfangen wo halt alle sachen mit drin sind und wo auch die neuen neuerungen sie mit dem nächsten übernächsten patch kommen eigentlich auch mit übernommen werden müssten weil es kann ja nicht sein dass mit jedem patch neue welt angefangen werden muss außerdem ist es dadurch ganze ein wenig spannender und auch anstrengender denn ich habe auch schon vielen leuten gesagt bekommen dass es ja hier momentan nicht mehr wirklich viel zu tun gibt und das ist alles viel zu einfach wieder und so weiter also wäre es eine schöne herausforderung das heißt wir sagen jetzt winke winke mal einfach mal save and quit und gucken dann ob wir eine neue welt starten können also spielen wir hätten gern ein neues spiel ja dies wird einen speicherstand überschreiben nein können wir eine neue welt machen dies wird einen speicherstand überschreiben ja soviel dazu also parallel geht das nicht und da ich die steam cloud noch aktiv hatte als ich diese welt angefangen hatte kann ich die welt auch nicht abspeichern das heißt was ich jetzt machen werde ist folgendes ich unterbreche ganz kurz die aufnahme gehen die in die detail rein und sage dass die steam cloud deaktiviert wird und dann fangen neue welt an das heißt ab diesem zeitpunkt gleich müssten alle meine speicherstände auf der festplatte abgespeichert werden und ich kann welten quasi in erinnerung behalten also gerade wie sowas jetzt über eine alte welt einfach nur behalten wollen weil wir als investiert haben dann können wir das auch also ja wir sehen uns dann gleich wieder und da bin ich auch schon wieder und es ist genau das eingetreten was ich dachte als ich jetzt die steam cloud deaktiviert habe da war es nicht so dass sie den speicherstand von der steam cloud einmal geladen hat ich sie hätte spielen können und der wissere festplatte abgespeichert worden nee nee das wäre ja viel zu logisch und praktisch und so weiter ist einfach alles weg das heißt wir haben jetzt gar nicht mehr die möglichkeit weiter zu spielen was ich wirklich schlecht gelöst finde also die andere variante ich mir vorgestellt hatte war halt er lädt die cloud wir laden den speicherstand es ist die cloud zwar deaktiviert aber nur zum abspeichern das heißt hätte ich dann abgespeichert ist wirklich auf der festplatte gewesen und wir hätten es als erinnerungspfeil noch gehabt aber jetzt ist es halt weg das ist auch doof fangen wir jetzt eine neue welt an da soll die karte auch gleich ganz anders generiert werden und auch zufälliger und nicht so auf einzelne inseln verteilt da bin ich schon recht gespannt und alle features sind halt aktiviert wie auch diese neue maschine also starten einfach mal wir hätten gerne eine neue welt warum ist jetzt hier doch noch eine importieren ja schön ich kann aber nichts importieren weil also ja steam cloud ist echt die hölle neue welt ja welche art der welt generation wollte benutzen legacy normal normal legacy sind die die wir gerade eben verloren haben willst du die alte neue forschungs methode die alte methode die wir hatten die neue methode kenne ich auch noch gar nicht denn hätte ich gern die neue methode so die wurden natürlich auch alle deaktiviert da gibt es anscheinend inzwischen ein paar mehr aber wir haben im momentan nur willst zur auswahl weil das freischalten von ihr hier von willow war auch auf der cloud abgespeichert so spielen dann gucken wir mal und vor allem gucken wie lange überleben also am anfang war es ja relativ einfach also vor drei vier fünf patchen bin gespannt wie das jetzt ist mit den wölfen gut schön fokussieren wir wollen möglichst schnell die wichtigsten ressourcen einsammeln also nahrung holz gras für feuer ja ich sehe nicht so gut aus dessen bin ich bewusst wir haben tag 1 nicht mehr tag 150 also krass die welt sieht jetzt schon mal anders aus da ist nämlich so eine art fluss das ist eine mini insel spinnen spinnen sich mal nicht gut und hier ist schon wieder wasser ja das sind definitiv keine inseln mehr jedenfalls nicht mehr so eine schönen runden wie es vorher waren so wir brauchen mehr stöcke wir brauchen noch flint und dann können wir uns gleich mal eine axt basteln genau wie hätten gerne jetzt gucke ich mir alles später an ich habe jetzt keine zeit um die forschungssachen zu gucken wir müssen produktiv sein denn es wäre ein wenig peinlich wenn ich jetzt gleich die erste nacht nicht überstehen würde holz brauchen auf jeden fall noch ein wenig mehr gras steine lassen wir erstmal also für das richtig gute lagerfeuer das noch liegen bleibt das muss dann halt warten sammeln kommen auch mal mit und ich sollte mir auch angewöhnen die ganzen blumen einzusacken weil die regenerieren ja auch lebenspunkte ist nicht besonders viel aber wenigstens etwas tun wir mit also mir ist jetzt schon mal tierisch dass die karte so richtig offen ist aber nicht das gefühl von so einer insel eingeengt zu sein und ein bienenstock sehr schön das merke ich mir doch schon mal aber das ist eher was für später der honig ist zwar irre praktisch aber jetzt sich darum zu kümmern dauert zu lange erst mal wie gesagt ersten tag überstehen ein speer kann ich noch gar nicht bauen nö fackel sollten wir auf jeden fall oder das hier eher ja wir haben echt noch nicht viel einen rucksack könnten wir uns schon mal basteln forschungsmaschine wird noch warten müssen für die forschungsmaschine brauchten wir gold und dazu müssen wir erstmal steine finden und ich glaube ich habe langsam eigentlich genug holz eine holz rüstung können wir auch noch nicht bauen ja das ist definitiv gleich ein ganz anderer schnack als in unserer welt wo wir alles schon erforscht hatten und jederzeit jede rüstung waffe goldene werkzeuge und was weiß ich bauen konnten aber auch eine schöne herausforderung und ich gehe jetzt schon eine ganze weile hier in die richtung und es ist keine richtige insel mehr ach schön so hasen naja essen sollten wir auch gleich mal wenig jagen ist da was drunter ne sah gerade so aus als wenn da irgendwas unter der blume runter liegen würde so der hase ist zu nah dran ich frage mich ob die welten jetzt wirklich endlos groß sind dass man theoretisch ja so lange weiterlaufen bis man irgendeine stelle findet die echt genial ist also wo man denn yaks hat tallbirds überall steine und vielleicht noch bärensträucher oder so das wäre ja so quasi das optimum also ich glaube jetzt auf jeden fall erstmal so lange bis ich steine finde denn wir brauchen möglichst schnell gold für die forschungsmaschine oh hier ist zu ende wir brauchen möglichst schnell gold für die forschungsmaschine damit wir die rüstung erforschen können und den speer die brauchen wir zuallererst um überhaupt gegen die ersten wölfe bestehen zu können denn die kamen ja glaube ich alle fünf oder sieben tage irgendwie so rum war das und hier ist auch ende vielleicht gibt es ja doch noch richtige inseln aber sie sind halt anders geformt und nicht einfach rund gehe ich mal hier rüber wirklich viel zeit haben wir nicht mehr und ich würde eigentlich gerne auch das nachtlager irgendwo aufschlagen wo ich nachts auch was machen kann und nicht einfach nur dumm rumstehen also in der nähe von möglichst viel bäumen oder gras irgendwas in der richtung alternativ könnte ich auch versuchen die nacht durchzulaufen mit fackeln man sieht zwar nicht sehr viel aber man sieht wenigstens etwas ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie bei faster than light wo man sich auch überlegen muss welche risiken man eingeht um überleben zu können und das ist glaube ich auch sinn des ganzen es ist jetzt halt alles einen zacken schwerer und ich mag die straßen die sind echt genial also ich glaube ich mach mal und ich folge dann einfach den wegen mit der fackel kann man zwar nicht besonders viel sehen aber man kann wenigstens etwas sehen und für die straße müsste es reichen und wenn ein gegner kommt folge ich einfach der straße zurück das klingt so weit nach dem plan und ich hab grad spinnen gehört aber die karten sind ja echt cool ich kann mir auch richtig so vorstellen so hier an so einem wegkreuz unser haus denn aufzubauen mit bodenplatten und steinwänden und all sowas das ist schon schön geh weg, geh weg, geh weg also definitiv steine finden Schweine das ist ja fast genauso gut und der Schweinekönig du isst aber nur Fleisch richtig so war das äh, okay, fackel das merken wir uns schon mal da oben ist der Schweinekönig oh, steine einfach so auf dem Boden das ist ja richtiger Luxus noch mehr Steine oh, ich glaube ich laufe vielleicht zurück zum Schweinekönig und baue und baue da so ein beständiges Lagerfeuer wenn ich dafür noch genug Ressourcen habe also ich kann nicht mehr den Schweinekönig sehen der muss doch irgendwo hier gewesen sein oh, da ja, da liegt er doch so, hier würde ich jetzt gerne am Ende dieser Straße oder den zweiten Straßen ein beständiges Lagerfeuer bauen zwölf Steine uff Lagerfeuer brauchen noch ein Gras aber ich denke mal mit den Fakten kommen wir jetzt so weit zurecht also schaue ich mich hier einfach um ob noch irgendwas an Ressourcen rumliegt oh war sehr knapp also irgendwas an Ressourcen rumliegt und wenn meine Berechnung stimmen dürfte diese Fakte sogar reichen bis zum Morgen das ist doch schick Feierfleisch können wir nichts mit machen okay dann weiter nach oben dumm 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 also wir könnten jetzt im Dunkeln auch Bäume hacken aber irgendwie habe ich nicht so wirklich Lust im Dunkeln vor einem End weg zu laufen so da geht es nicht weiter das ist doof was zur Hölle ist das ich sollte es wahrscheinlich nicht nachts erforschen aber ich spiele momentan etwas auf Risiko damit ich halt schneller die Sachen bekomme um zu überleben Spinnen ist nicht gut hier ist irgendwo wow ein Wurmloch ein Wurmloch ähm was zur Hölle ist da passiert also ich habe meine Ressourcen behalten es ist plötzlich Tag und ich bin ganz woanders und es war wirklich ein Wurmloch es hat mich von einer Welt in eine andere geschoben also ja man weiß nicht ob Wurmlöcher das machen aber so allgemein in der Science-Fiction Welt ist das ja so quasi gang und gäbe ähm okay hier haben wir Steine ich haue jetzt einfach mal ein paar Steine so lange bis ich mein Gold habe und springende durch das gleiche Wurmloch wieder zurück ah sehr cool also ja die neuen Welten gefallen mir auf jeden Fall wesentlich besser als die alten vor allem diese Freiheit die man jetzt hat man kann einfach von der einen Welt zur nächsten springen kann rein Ressourcen holen alles ist ein wenig mehr durchgewürfelt sehr schön also den Block da oben noch was ich jedoch irritieren finde ist dass es Tag geworden ist oder vielleicht war es auch einfach nur Zufall weil es war ja eh kurz davor morgen zu werden und wer weiß wie viel Zeit im Wurmloch vergeht weil sonst könnte man das ja ausnutzen und man springt immer kurz vor Abendgrauen in ein Wurmloch rein dann hat man sofort wieder Tag so bisschen was essen schadet auch nicht auch wenn wir es eigentlich kochen sollten ach du Wartruta Gras brauchen wir auch noch eine Menge für die neuen Fackeln beziehungsweise das neue Lagerfeuer wir haben jetzt inzwischen genug große Steine da könnten wir sogar bauen sehr schön also Wurmloch wo bist du ich will testen ob wir genau da rauskommen wo wir vorher reingesprungen sind wir haben es jetzt noch früh am Morgen das heißt wenn wir durchspringen und es gleich wieder morgen ist also ganz früh morgens dann wird das echt komisch flupp nom 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 und wir sind wieder da wo wir angefangen haben sehr cool und es ist keine Zeit vergangen also war es vorhin einfach nur Zufall dass ich kurz vor Sonnenabgang reingesprungen bin und dann bei richtigen Tageslicht wieder rausgekommen bin nö genial also haben wir jetzt quasi hier eine Welt und da eine Verbindung entweder ah da hinten hin ok also es ist immer noch auf derselben Welt es ist nur woanders so eine Art Abkürzung kann man Markierungen setzen inzwischen nö schade ne gut wir müssen aber merken das Wurmloch führt da oben hin nächste Frage die mir gleich so im Kopf kommt können Wölfe durch Wurmlöcher springen weil wenn nicht dann könnten wir jederzeit vor denen fliehen hm ok machen wir jetzt noch weiter ähm was brauchen wir jetzt jetzt die Forschungsmaschine ja Science Machine da hin äh und ich schmeiß jetzt mal wir können noch keine Seile bauen oh Prototyp was zur Hölle äh wir konnten das einfach so bauen ohne es zu erforschen wofür ist denn die Forschungsmaschine da können wir das überall machen ne können wir nicht ah ok dann hätten wir auch gerne Bretter das heißt wir schmeißen die Werkstoffe da rein dann stellen wir ein Prototypen her und jetzt können wir es jederzeit bauen weil wir es einmal gemacht hatten das heißt es gibt keine Forschungspunkte mehr fällt mir jetzt auch gerade auf da weiß ich nicht was ich davon halten soll also wir müssen keine Forschungspunkte mehr sammeln und haben jetzt mir eben einfach so ein Speer gebaut hm ok wir brauchen noch mehr Seile und noch mehr Holz auf jeden Fall ist das schon mal was anderes bin mir noch nicht ganz sicher was ich davon halten soll weil es scheint mir dadurch irgendwie zu einfach zu sein vorher musste man ja wirklich tagelang immer wieder Sachen in die Forschungsmaschine reinschmeißen damit man einigermaßen was rausbekommen hat hm 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 aber gut erstmal überleben einen Tag haben wir schon überlebt das ist ein guter Anfang und hat er gerade alle Holz auf einmal eingesammelt hm na gut äh du bist hungrig ja das ist vollkommen okay ich glaube ich mache hier unten mal kurz eine Kohlefarm äh einpflanzen bitte oh haben sie da die Knöpfe gedreht äh da hin da hin und ja ich mache eine Kohlefarm weil wir halt keinen Zugang zu Jax haben bisher und ich nicht um die ganzen Boden hier aufreißen möchte äh zink du mach mal Feuer du mach mal so wow Fackel aus der Hand das Holz das Holz verballern wir jetzt erstmal so und verkochen unser Essen ha das ist wir haben jetzt die ganze Schweinearmee hier falls also tagsüber Wölfe kommen wir dürfen uns einigermaßen verteidigen wir haben den Schweinekönig um schnell noch Gold zu generieren sobald wir Fleisch haben wobei wir hier in der Nähe ja auch die Kaninchenbauten hatten muss ich gleich mal gucken so kann ich auch noch verscheuchen nicht der richtige Zeitpunkt na gut ein klein bisschen Zeit haben wir noch schnappe ich mir nochmal die da hinten und da waren noch Tannenzapfen so also ich habe jetzt ungefähr im Auge Tag 5 wenn die Wölfe kommen ob das stimmt oder nicht weiß ich nicht aber das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt bis dahin müssen wir auf jeden Fall schon mal die Rüstung haben ideal wäre natürlich noch eine Fleischstatue aber das ist glaube ich ein wenig zu hoch gegriffen dafür bräuchten wir erstmal Wilsons Bart können wir jetzt schon einen Rasierer bauen können wir eine Mauer bauen nein was wir jetzt echt alles schon bauen können ist komisch ah die können wir nicht bauen dafür bräuchten wir halt ein besseres Forschungsdingens und dafür brauchen wir 6 Gold 4 Steinblöcke Steinblöcke die könnten wir doch schon mal prototypisieren so können wir eigentlich noch Sachen reinschmeißen nö können wir nicht okay das können wir auch noch verkochen also morgen früh wir laufen wieder los holen primär was Holz brauchen wir wahrscheinlich gleich eine neue Axt Axt also wir holen primär Holz und Gras für unsere Rüstung und sammeln halt nebenbei noch so alles ein was wir finden können primär sollten das auch Dinger sein Käninchen damit wir richtiges Fleisch haben zum einen um ein Gold rein zu kommen zum anderen um die Schweine auch hier abzurichten die uns dann ja hoffentlich folgen ich weiß auch gar nicht wie lange die Schweine einem folgen also wenn man sie einmal angeködert hat und ich gebe wieder ein bisschen Risiko ein und sammle die Kohle mitten in der Nacht ein auch wir müssen das ja erstmal anhauen ja das geht nachts nicht aber ich kann die Pine Cones einsammeln die hier noch so rumliegen sonst liegt hier nix aber ist ja auch gleich morgen wir stellen uns einfach schon mal hier hin mit einer Axt in der Hand oder auf dem Hotkey zumindest schon mal so und choppen das alles einmal an so und schon Tag 3 schöne Sache Chop Chop und jetzt schauen wir schon mal genug für die nächsten was war das gerade? hört sich so ein bisschen nach heulen an ähm also wir haben jetzt schon mal genug Kohle für die nächsten 3 Nächte würde ich sagen wir sollten auf jeden Fall alle Tannensapfen einsammeln denn hierdurch verbraten wir schon recht viele so also erstes Ziel war Holz zweites Ziel war Gras oh Gras könnte echt ein Problem werden aber das muss jetzt ja auch gedüngt werden wir haben bisher noch keine Jax gefunden so du kommst mit du kommst mit irgendwo noch ein schön großer Baum da du kannst mal gehackt werden damit müssten wir jetzt auch können es fehlt noch ein Holz ok dann halt du auch noch da ist das Wurmloch das ignorieren wir erstmal dann sollte ich gleich mal auf der Karte gucken ob wir da irgendwo Grasbüschel sehen also viele Grasbüschel da ist einer da unten war ganz viel Gras ich guck mal hier runter ob ich da irgendwo durchkomme Bieren können wir auch mal mitnehmen Stöcke haben wir auch nicht mehr viele für den Werkzeug ne ja dafür gehen die recht schnell drauf hier sind überall Spinnen viel zu viele Spinnen die kommen jetzt aber nicht mehr raus ja anscheinend nicht und mitten bei den ganzen Spinnen eine Schweinehütte wo wir auch kein Schwein draußen mehr essen das wahrscheinlich ah doch da bist du ja oh du stehst so schön alleine hier ähm hier essen ich hätte gerne deine Haut sehr schön also wir können doch gleich den Helm basteln ach ja ich muss schon sagen läuft relativ gut wir haben zwar kein größeres Feld an Gras gefunden aber wir haben unser Holz wir haben eine Schweinehaut und ich denke wir sollten auch möglichst schnell anfangen die Spinnen hier zu töten also einmal an die Seite ranzukommen die brauchen wir ja auch für das Käfernetz und für andere Sachen aber auch damit sie sich nicht ausbreiten das hatten wir in der alten Welt ja schon gesehen dass diese Spinnenkönigin und was auch immer was war das denn gerade dass diese Spinnenkönigin und was auch immer das ist sich ja immer weiter ausbreitet immer neue Eier legt und aus den Eiern dann wieder Spinnenkönigin rauskommen wir hatten ja schon zwei auf einer Karte auf einem Kartenabschnitt gehabt und das sah recht übel aus äh was brauchen wir noch für den Footballhelm ich glaube auch wieder Gras wollen wir denn mal kurz da oben hinspringen ja komm einmal durchs Wummloch bitte schnell Gras einsammeln und wieder zurück Wummloch da schwupp yum 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 und ganz schnell zum Gras ne die haben wir schon abgefräst die da oben wahrscheinlich auch ja ah das Kaninchen da unten könnten wir ne die sprechen sich jetzt hier ab die nötige wir vielleicht nö ok hm warum ist das Kaninchen unten nicht auch in seinem Bau verschwunden komm geh weiter weg geh weiter weg hat mich gerade eine Karotte eingesammelt ne ne komm schon ne darauf kann ich jetzt nicht warten also krass oh da oben ist Sumpf gar nicht gut aber dafür liegen hier Goldnackens einfach so auf dem Boden rum ok jede Menge Gräber die ignorieren wir erstmal oh Steine sehr schön aber es wird auch gleich dunkel wobei wenn wir genug Steine finden können wir hier noch ein zweites Lager aufbauen und ja ich und meine Basislager aber das ist echt irre praktisch jetzt mal oh wir brauchen neue Spitzhacken so haben wir genug für ein gutes Lager ja haben wir was sagt die Karte die Karte sagt hier sind überall Gräber da sind zwei Spinnnester da ist ein Lager von uns eingezeichnet also das zweite Lager sollte schon ein wenig weiter weg sein vom ersten dass man gerade so innerhalb eines Tages dahin kommt ja wir haben nicht mehr viel Zeit also gut ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen in die Richtung ja dann baue ich hier denn irgendwo das nächste Lager auf möglichst nicht so nah bei den Spinnen dran oh ein Tallbird mehrerer Tallbirds das wäre auch nicht so toll hier ein Lager zu haben also es wäre toll wegen den Eiern aber es wäre nicht so toll wegen den Tallbirds selber die einen angreifen äh genau wie der da ja wir haben Hunger ja das ist ein Tallbird überall Spinnen ich will doch nur eine Stelle haben wo keine Gegner sind nur so ein ganz bisschen ähm Fackel haben wir ach tu gut also ja Fackel haben wir eine die ist bei 30% also mit den Spinnen haben die es ein wenig übertrieben aber es kann auch geplant so sein also dass man wirklich den Raum den man haben will quasi nach und nach erobern muss das ist aber auch eine neue Fackel so dann müssen wir irgendwo einen Weg an den Spinnen vorbeifinden und möglichst nicht durch die Spinnennetze laufen äh 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 da äh ja du bist eine normale Spinne du kannst nicht gar nichts nur die gelben Spinnen sind gefährlich so Pause laufen wir einfach mal in Richtung Wurmloch wow ja ach sehr schön ja komm greif den Tallbird an greif den Tallbird oh Tallbird ist tot ähm oh das Ei ist unbewacht greif mir den anderen Tallbird an hier nicht mich das ist echt irrepraktisch dumm ignoriert mich ruhig ich äh räum hier nur auf oh achso Essen Essen wäre auch noch ganz praktisch und neue Fackel wäre auch noch ganz praktisch genau alles ein wenig knapp aber machbar schon haben wir Spinnenseide zwei Tallbird Eier oh nicht mit der Fackel auf irgendwas einschlagen ich wollte eigentlich nur die Spinnenseide aufheben oh ähm ähm ja das ist echt machbar wir sind ja nicht so schnell wie wir aber wir dürfen nur nicht in das da reinlaufen das ist richtig so gleich ist wieder Morgen Sehr schön. Und die Spinnen verkriechen sich alle. Das könnte eigentlich nicht besser laufen. Wir verschwenden keine Nacht. In jeder Nacht sammeln wir irgendwas auf oder machen irgendwas. Sehr gut. Der einzige Haken, den ich jetzt gerade sehe, ist, ich verbrauche eine Fackel. Und wir haben gleich kein Gras mehr. Also diese Folge sollten wir echt durchgehend nur rumlaufen und Gras sammeln. Und die Sache eigentlich mal zu Hause abladen. Wobei wir erst noch kein richtiges Zuhause haben. Wir haben nur ein Lagerfeuer und eine Fortkursmaschine. Und zweitens können wir uns jederzeit ein neues Zuhause machen. Weil wir haben sowohl genug Gold als auch genug Steine. Also ja, wir laufen einfach mal los. Suchen eine Stelle mit möglichst vielen Ressourcen. Und bauen da ein neues Lager auf. Und jetzt haben wir auch den ganzen Tag Zeit. Oh. Da vielleicht. Wage ich aber irgendwie zu zweifeln. Essen wird doch langsam ein Problem. Sollte gleich mal ein Feuer machen. Warum machst du so komische Geräusche? Hä? Hä? Die Anzeige ist komisch. Aber gut. Also ist da unten auch eine Sackgasse? Ach Mensch. Das ist nicht gut. Also ja, keine richtigen Inseln mehr. Aber dafür halt ein totales Tovah-Buhu. Definitiv viel zu viel Wasser. Oh, das kann man mit. Oh, das kann man mit. So, was haben wir da? So eine Spur. Oh, und krass. Sehr schön. Das kommt alles mit. Und ein Kanickel. Das sich aber nicht allzu weit von seinem Bau wegtraut. Wir müssen definitiv Karotten finden. Das können klappen, oder? Na komm. Das war definitiv einfacher früher. Damals war alles besser. Und so. Oh, hier sind viele. Du gehörst bestimmt zu dem Loch da. Gucken wir nochmal, ob wir hier rum können. Und dann dich angreifen. Jo, sehr schön. Und jetzt verschwinden auch alle. Steine brauchen wir gar nicht. Gras brauchen wir. Wir brauchen ganz, ganz viel Gras. Oh, das kriegen wir auch noch. Zack. Sehr gut. Ja, doch hier wird sich anbieten. Neues Lager. Ganz viel Grassohlen, die wir alle auch mal zusammenziehen können. Und überall Kaninchen bauten. So. Dann baue ich doch einfach mal hier ein Lager hin. So. Und verkoche das auch gleich. Zack. Oh. Das Fleisch bringt fast gar kein Essen mehr. Das ist ja fies. Okay. Aber wir sollten den Tag nicht mit Kochen verbringen. Das können wir auch nachts machen. Lieber mehr Gras sammeln. Und ich glaube noch ein wenig mehr Holz für die Rüstung. Also muss der Baum da auch noch dran glauben. Aber schon krass, dass das Fleisch nur noch 10 Nahrung bringt. Also müsste man 15 Stücken Fleisch essen, um einmal satt zu werden. Das ist schon ganz schön happig. Ja, du hast schon wieder Hunger. Das habe ich mitbekommen. Hm. Jo. Du. Willst du da oben hin? Jo. Äh. Kein Platz mehr. Einmal so essen, bitte. Einen großen Baum hätte ich noch ganz gerne. Aber hier ist echt tierisch wie Gras. Ein großer Baum irgendwo. Ich bin schon wieder zu weit weg von unserer neuen Basis. Okay, schnappen wir uns noch ein, zwei Grasbrüschel und dann ab nach Hause. Und die klaust du mir nicht. So. Also ja, ich hätte gerne mehr Holz für die Holzrüstung erstmal. Falls dann irgendwann die Wölfe kommen. Aber auch für Kisten. So. Die verfeuern wir mal. Ein paar Bäume bauen wir hier einfach so hin. Damit wir sie später abholzen können. So. Die werden das verfeuern wir hier auch noch. So. Das wird alles aufgegessen. Das Fleisch lassen ist immer da. Ah, das können wir noch den Schweinekönig geben. Auch wenn nicht so wirklich der Bedarf momentan da ist. Aber wir haben ja genug Steine rumliegen, um an Gold ranzukommen. Aber ich möchte trotzdem ausprobieren, ob der Schweinekönig vielleicht irgendwelche neuen Sachen eingibt. Weiß man ja nie. So. Die beiden da auch noch. Und dann zurück zum Lager. Dich auch noch. So. Aber jetzt mache ich jetzt mal einen Cut. So weit bin ich sehr zufrieden mit der neuen Welt. Und schon gespannt, was wir noch so alles hier finden. Also bis gleich. So weit rồi. Vielen Dank.